Leute, wie ihr gerade seht, ihr seht ein neues Portal. Ich glaube, ich habe es gefunden im Überleben-Modus. Ich habe einfach mit der Elytra irgendwie geflogen. Dann habe ich das gesehen, in der Tür war Gold und so. Dann zeige ich euch noch Bilder vor und danach. Es geht um einen Anfang auf. Ich habe ein Zeug mit dem Pt und dem Pt mit dem Pt und dem Pt. Das ist ein Zeug, der wir kaltieren jetzt. Tja, was rät auf.